Hallo bei eClubware. Heute zeigen wir, wie Kontakte und Termine von Kunden, Mitarbeitern oder Partnern mit Adressbuch, Kalender und Infolog abgebildet werden können. Die CRM-Ansicht im Adressbuch spielt dabei eine entscheidende Rolle. Beim Customer Relationship Management steht der Kunde im Mittelpunkt. Alle wichtigen Informationen und Vorgänge werden hier übersichtlich abgebildet. Mit einem Doppelklick auf einen Kontakt öffnen Sie dessen CRM-Ansicht. Auf der linken Seite erscheinen die wichtigsten Kontaktdetails. Im Hauptfenster alle Einträge zum jeweiligen Kunden, die in Infolog angelegt wurden. Als Nutzer erhalten Sie damit über Infolog eine schnelle Übersicht über alle Vorgänge. Ob Anrufe, Aufgaben oder Notizen. Hier können Sie zum Kontakt auch direkt neue Einträge anlegen. Auf der linken Seite bearbeiten Sie die Kontaktdetails oder kehren zur Standardansicht zurück. Aufgaben oder Kontaktdaten, was Sie in der CRM-Ansicht bearbeiten, wird jeweils im Infolog, Adressbuch oder im Kalender gespeichert. Die Software integriert dabei verschiedene Anwendungen und verknüpft somit Ihre Kundendaten. Auch im Kalender können Infolog-Termine so abgebildet werden. In den Infolog-Einstellungen legen Sie bei Datenaustausch fest, welche Typen von Einträgen im Kalender abgebildet werden sollen. Einträge können wie Termine angezeigt werden oder in der Tagesansicht rechts neben dem Kalender in der separaten To-Do-Liste. Hier stehen Einträge ab Ihrem Startdatum, bis sie erledigt sind. In unserem Beispiel ist voreingestellt, dass Anrufe wie Termine im Kalender angezeigt werden. Aufgaben in der To-Do-Liste rechts und Notizen nur in Infolog selbst. Über die Einstellungen zum Datenaustausch können Sie aber zum Beispiel auch Notizen im Kalender anzeigen. Hier passen Sie eGroupware an Ihre individuelle Arbeitsweise an. Nach dem Ändern der Einstellungen zum Datenaustausch melde ich mich einmal ab und wieder an, damit die Änderungen übernommen werden. Umgekehrt kann ich im Kalender Einträge bearbeiten, die dann im Infolog übernommen werden. Ein Beispiel dafür wäre ein Anruf bei einem Kunden. Verschiebe ich den Anruf im Kalender, wird er im Infolog auch aktualisiert. Infolog-Einträge können links oben nach Typ und Status gefiltert werden. In der oberen Leiste können unter Filter weitere Kriterien ausgewählt werden. Möchte ich Vorgänge anzeigen, für deren Bearbeitung ich selbst zuständig bin, wähle ich verantwortlich. Sollen Einträge gezeigt werden, die ich erstellt habe, die aber ein Kollege bearbeiten soll, klicke ich auf Delegiert. So können Infologs nach Zuständigkeit, Zeit oder Status sortiert werden. Um das System genau an die Vorgänge in Ihrem Unternehmen anzupassen, können Sie eigene Infolog-Typen hinzufügen. Dazu klicken Sie in Infolog-Links bei Admin auf Benutzerdefinierte Felder und geben dann den neuen Namen, zum Beispiel Workshop, ein. Dann klicken Sie auf Erstellen. Hier können Sie auch einen eigenen Status für alle Typen anlegen. Ein zusätzlicher Status könnte zum Beispiel Dringend oder Inaktiv sein. Wenn ich einen Infolog-Eintrag erstelle und ein Kollege für die Bearbeitung des Vorgangs zuständig ist, delegiere ich den Eintrag und gebe damit automatisch dem entsprechenden Mitarbeiter Zugriff auf den Vorgang. Um Dateien an Infologs anzuhängen, ziehe ich Sie direkt per Drag & Drop auf den Eintrag oder wähle Sie über das Bearbeitungsfenster aus. Auch eGroupware Mail ist mit Infolog verknüpft. Sie haben eine Mail erhalten und möchten den Kontakt direkt im Adressbuch speichern? Wenn Sie sich mit dem Mauszeiger über der Adresse befinden, erscheint links das Symbol zum Eintrag ins Adressbuch. Hier können Sie Kontaktdetails bearbeiten und so zum Beispiel neue Kunden direkt in eGroupware anlegen. Wenn Sie also eine Mail von einem Kunden erhalten, können Sie diese Mail einfach als Infolog speichern. Ist ein weiterer Mitarbeiter oder eine Gruppe für den Vorgang zuständig, delegieren Sie den Eintrag und die entsprechenden Kollegen haben automatisch auch Zugriff auf die Mail. Infolog als Informationslogbuch kann ich als rein persönliche To-Do-Liste nutzen. In dem Fall würde ich zum Beispiel alle Einträge, für deren Erledigung ich selbst verantwortlich bin, als Favorit speichern. Darüber hinaus kann Infolog zum Customer Relationship Management sehr vielseitig und kundenorientiert verwendet werden. Hier stehen durch die Vernetzung von Adressbuch mit CRM-Ansicht und Kalender viele Möglichkeiten offen. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren, Ihr eGroupware Team.